so hallo und herzlich willkommen zu stranded deep schnauzehandy moment so ich finde es schon ein bisschen seltsam dass hier niemand sitzt ich muss das noch irgendwie umstellen mit der steuerung dass sie nicht so hinterher hinkt das nervt ein bisschen left mouse button cocktail alles klar gibt es hier noch irgendwas so ne alles klar wir sind also ein sehr beschäftigter geschäftigter geschäftsmann das ist normalprozedur das passiert ständig hier hallo blut kuhl Halte, bin ich jetzt irgendwie so dumm, um da rauszukommen. Hä? Oh. Hä? Hä? Alter. Ach, jetzt. Ähm. Kleine Airline. Okay. Ja. Weniger gut, wenn man fliegen will. So. Also. Ups. Ich wollte jetzt einfach loslaufen. Ähm, eh. So. Okay. Okay. Da muss man also ständig drücken. Da ist noch Ochen. Ich will ihn essen. Ich will dich essen. Ich will dich essen. Ich will dich doch nur essen. Was? 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 Boah. Und ich kann ihn nicht nehmen. Hallo? Das ist jetzt aber ein bisschen ärgerlich. Ich lege mich. Ich lege mich hier mit dem Stachelrochen an und dann kann ich ihn nicht mal essen oder was? Blöd. zurück zum Boot. so. Ähm. Ähm. So. So. Und weiter im Text. Alles klar. Ich will. So. 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 Das Boot hat wohl auch schon bessere Tage gesehen. So. Toolbox. Eine Taschendampe. Eine Taschendampe. Muss hin. Muss man die irgendwie extra aktivieren. Vielleicht. Oder so. Huah. So. Und da. Ehiiiei. 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 Ehh. Was war das? land haben x9 engine alle da merke glück was wir hier gerade finden oh hier ist noch eine die ich übersehen machete nice duct tape moment auf f ist die uhr ich habe keinen durst das heißt es würde keinen sinn machen jetzt zu trinken oh scheiße habe ich jetzt gerade mein messer weg geworfen alter bräuchte es überhaupt noch wenn ich die machete theoretisch nicht ja schon mal weiter was es hier noch so schönes zu entdecken gibt nichts anscheinend kann es sein okay scheiße 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 ich will nicht so gerne zu dem hei als ich das spiel angespielt habe bin ich einfach unbesonnen sind im heilen und wollte ihn töten und dachte mir nichts böses und bin dann verregt und ja zeug natürlich von meiner ausgeprägten intelligenz aber naja ich dachte halt ich hab's drauf in dem moment ähm ähm okay alles klar dann lassen wir das mal so stehen ach so moment ich muss mal das zeug loswerden was haben wir noch machete legen immer mal hin so jetzt gehen wir zurück und holen noch den was war da duck tape war da noch auf jeden fall hier ist auch noch was oh yes ne axt kann hier schaden da unten ist doch bestimmt noch was ich trau dem ganzen nicht so ganz oh scheiße oh ähm da dann war es das wohl wääh Entschuldigung was 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 alter wääh alter was zum wo kam der her alter mein arm ist bisschen ange fressen scheiße alter ähm so steinchen duck tape legen wir mal ab und zweite axt behalten wir machete brauche ich jetzt gerade nicht ich gehe mal holz holen du 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 alter so boah dieses nachziehen das nervt man ähm options input wahrscheinlich ich denke mal dass es das ist sonst wüsste ich auch nicht was es ist ähm jo okay noch nicht perfekt aber es geht ich entschuldige mich sehr für mein husten bin ein bisschen angeschlagen hört man glaube ich auch an der stimme so baume nummer zwei so sitzt sticky rocky palm tree moment mal eben whatsapp checken nebenher was ist denn los jedoch jetzt kommen müsste ich schon lange umfallen und hier hört die insel schon wieder auf naja das nehmen wir auch mal mit das so lashing lashing da ist noch ein bootswrack ähm ja davon war nicht schon entschuldigung so machete kann auch nicht schaden ops das wollte ich nicht ich wüsste mal ob es damit schneller geht wahrscheinlich eher nicht ich trinke mal heimlich noch was nebenher eine kokosnuss bleib hier scheiße ähm moment die kokosnüsse werde ich auch brauchen für essen und trinken ähm dich brauchen wir nicht du kommst da rüber sticky ist hierhin und stein hier neben dran äh da ist ja noch einer so crude axe crude hammer brauchen wir nicht wir haben eine axt doch einen hammer brauchen wir auf jeden Fall noch so dann lassen wir jetzt aber liegen ähm und dann gehen wir die kokosnüsse oder die kokosnuss holen hier ist eine und hier ist eine und ich glaube fast das war es schon und jetzt nehmen wir den hier mit oh wow die kokosnussen der baum haben schatten und ich nicht kokosnüsse packen wir mal hier hin und dann zerlegen wir die scheiße ich komme mal in das falsche menüre ähm jetzt zerlegen wir mal die bäumchen das finde ich auch nicht schlecht dass es hier im vergleich zu ähm the forest so ist dass die bäume erst umfallen wie im echten leben und dann ähm muss man erst die logs rausschlagen das ist bisschen dämlich bei the forest dass dann einfach der ganze baum explodiert und plötzlich sind es ähm 30 logs so so nochmal 2 3 4 5 6 7 und 8 7 und 8 so also das dauert ewig wenn ich das so weitermach irgendwie könnte das ein bisschen schneller gehen so wir werden mal die stickies los ups das wollte ich nicht so alter ich verwechsel immer die tab taste und kuh ähm so ach es draus entschuldigung es wird abend beziehungsweise nacht ich mach mal ein feuer brauch ich dazu die nama ich glaube nicht campfire ähm wo machen wir das am besten hin hier irgendwo irgendwo vorherzeug ja ja ich muss mal gucken essen und trinken geht noch aber essen könnten ja ich mal was äh eine kokosnuss ach scheißdreck so so jetzt haben wir drinkable coconut ähm hallo so trinken und jo jo ho nom 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 hu nch ich brauch auf jeden fall noch steine ähm Die legen wir mal hier hin. Die legen wir mal hier hin.